Hey, willkommen zu einem neuen Video. In diesem kleinen Clip möchte ich euch mal zeigen, wie ihr in INAV und auch in Betaflight eure GPS-Empfangsstärke, Empfangsleistung deutlich verbessern könnt, indem ihr das europäische Galileo-Navigationssystem mit aktiviert. Das Ganze funktioniert allerdings nur über das CAI-Interface, also über das Command-Line-Interface, noch nicht über das GUI. Mal schauen, ob das irgendwann mal noch kommt. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das funktioniert und welche Auswirkungen das hat. Also wie ihr hier seht, ich habe jetzt hier mal das GPS-Fenster von INAV offen. Ich bin jetzt hier bei mir in der Wohnung am Schreibtisch. Hier kriege ich normalerweise relativ schlechten GPS-Empfang, vor allem mit dem kleinen BN-220-GPS, was ich in meinem DART 250G verbaut habe. Und wie man sieht, wir laufen auf 2 Hertz, das heißt, ich bin jetzt hier seit 656 Sekunden am Suchen, also seit 10 Minuten und ich habe gerade mal 4 Satelliten bis jetzt gefunden. Aktuell wird nur das GPS-System benutzt und ich zeige euch jetzt mal, wie man das Galileo-System hier noch zuschalten kann. Und zwar geht ihr dafür in das CAI, dann gebt ihr mal ein, getGalileo. Dann bekommt ihr diese Variable als Ergebnis. Per Default ist das ausgeschalten, GPS-Ublox-Use-Galileo. Und wenn ihr das benutzt, werden auch die europäischen Galileo-Navigationssatelliten für die Navigation benutzt. Und das ist übrigens nachher auch das, wenn ihr in manchen OSD-Aufnahmen schaut, wo die Leute dann mit 20 Satelliten und mehr Empfang haben, was bei GPS-Grau nicht möglich wäre allein. So, und dann nehmen wir das einfach in die Zeile hier unten rein, ein Set davor, also Set GPS-Ublox-Use-Galileo ist gleich on. Drücken einmal Enter, dann drücken wir einmal Save und der Flight Controller rebooted. So, und wenn der Reboot abgeschlossen ist, schauen wir nochmal in den GPS-Tab. Wir sind immer noch bei 10 Hertz, das ist alles soweit in Ordnung. Jetzt haben wir natürlich rebooted, das GPS wird natürlich auch resettet, das heißt, es wird jetzt nochmal einen Moment dauern, bis er Satelliten findet. Ich lasse das jetzt einfach mal ganz kurz laufen und dann schauen wir gleich nach ein paar Minuten, wie das Ganze dann aussieht. So, der Flight Controller ist rebooted, das GPS hat einen Kaltstart bekommen. Und wie man sieht, nach ziemlich genau zwei Minuten haben wir jetzt acht Satelliten, jetzt sogar neun Satelliten. Die horizontale Genauigkeit, also das HDOP, ist jetzt auf 1,97 Meter, also viel besser als vorher. Ich könnte jetzt also sogar bei mir in der Wohnung scharf schalten, was ich vorher mit GPS-Only überhaupt nicht gekonnt hätte. Und mit der Option bekommt ihr dann auch draußen im Feld deutlich schneller Satelliten und deutlich schneller auch mehr Satelliten, um scharf zu schalten und eine zuverlässige Navigation zu bekommen. Und das sollte auf jeden Fall helfen. Und im Endeffekt, wenn ihr nachher in der Luft seid und keine Hindernisse mehr um euch rum habt oder über euch habt, dann ist es auch überhaupt kein Thema, dass ihr dann über 20, teilweise über 25 Satelliten bekommt, weil jetzt die GPS- und die Galileo-Navigationssatelliten simultan genutzt werden. Es funktioniert nicht mit allen GPS, aber in der Regel mit den BN-120, 200, äh Quatsch, mit dem BN-180, 220, 880, sowohl den ganzen M8N- und M8Q-Chip-Satz, GPS-Modulen wie das Maytake oder die Radiolinks, mit denen funktioniert das ohne Probleme, weil die Dual-Receiver drin haben, die auch auf zwei verschiedenen Frequenzbandern gleichzeitig arbeiten können. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze geholfen. Und ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch freuen und ein Abo, und wenn ihr ein Abo da lasst. Und ansonsten, wenn Fragen sein sollten, einfach in die Kommentare damit. Ich beantworte die dann auch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!